Das, was derzeit passiert, kann man als monetäre Krise bezeichnen, im Gegensatz zur Finanzkrise der Jahre 2007, 2008, 2009, die eigentlich auch eine monetäre Krise war, die aber den unscheinbaren Namen Finanzkrise bekommen hat, als würden nicht die Notenbanken auch an dieser Krise maßgebliche Verantwortung tragen. Jetzt aber ist es offenkundig, dass die Notenbanken massiv in der Patsche sitzen und es trifft jetzt das schwächste Glied in der Kette, das ist die Bank of England, das ist Großbritannien nach dem Brexit in einer ohnehin prekären Situation mit hoher Inflation, Arbeitskräftemangel und so vielen Versäumnissen der letzten Jahre, da knallt es jetzt richtig und London ist gewissermaßen das Epizentrum dieser monetären Krise geworden und wir sehen jetzt, wie die Dinge sich überschlagen, es ist fast wie ein Krimi, der derzeit abläuft, denn gestern Abend in Washington bei einem Auftritt hat der Chef der Bank of England, Bailey, gesagt, ihr habt drei Tage Zeit zu verkaufen und das nachdem die Bank of England ja gestern Vormittag, gestern Morgen nochmal eingeschritten war, ihre Anleihekäufe ausgeweitet hat, nämlich Anleihen zu kaufen, die letztendlich durch die Inflation, deren Rendite durch die Inflation nach oben getrieben wird. Jetzt will man also diese Renditeanstiege, diese Zinsanstiege begrenzen, indem man praktisch wieder Liquidität ins System schüttet, damit die Inflation wiederum anheizt, womit man dann wieder den Anstieg der Renditen aufgrund dieser Inflation durch neue Liquidität verhindern will. Das zeigt so ein bisschen das große Dilemma, das die Notenbanken derzeit haben. Hören wir uns mal ein, was Bailey gesagt hat. Mein Message to the Funds involved, you have three days left now, so seine Aussage in Washington. You've got to get this done. The essence of financial stability is that intervention is temporary, not prolonged. Also hier sagt jemand faktisch, wir wollen aus Finanzstabilitätsgründen nicht die ganze Geschichte länger machen, nämlich Anleihen zu kaufen, um diese Pensionskassen zu retten, die ja in totaler Schieflage geraten sind. Und hier sagt also jemand, naja, diese Finanzstabilität, die ist temporär, wir intervenieren temporär aufgrund der Finanzstabilität, aber allen ist doch klar, wenn die aufhören zu intervenieren, dann ist es sofort wieder vorbei mit der Finanzstabilität. Dann könnten wir einen regelrechten Crash am Guildmarkt sehen, also am britischen Anleihemarkt, der dann die Pensionskassen über den Jordan schickt. Und Zero Hedge fragt hier zu Recht, ist sein Teleprompter gehackt worden? Das ist das Dümmste, was man sagen kann, weil man damit ja faktisch ein Chaos auslöst, eine Drohung ausstößt, die die Finanzmärkte in Unruhe bringen muss. Jemand, ein Analyst sagt, ja, also er müsste, aufgrund dieser Aussage, da muss er doch irgendwas in der Hinterhand haben, da muss ihm klar sein, dass möglicherweise die betroffenen Pensionskassen das auch wirklich schaffen, ihr Material dann noch loszuwerden in diesen drei Tagen. Anders ist diese Aussage nicht erklärbar. Oder sie ist wirklich komplett dump. Jedenfalls sehen wir das britische Pfund oben links. Und dann auf diese Aussage hin massiv nach unten gegangen. Wir sehen die Renditen für Staatsanleihen weltweit, für westliche Staatsanleihen, booms nach oben geschossen, die Aktienmärkte booms nach unten geknallt, gestern Abend als diese Aussage kam. Also wir sehen, wie die Finanzmärkte insgesamt auf allen Fronten auf dieses Epizentrum dieser Krise, nämlich London in Gestalt der Bank of England, jetzt reagieren nämlich unisono rauf oder runter. Denn wir sehen, die Bank of England schafft es nicht, diesen Renditeanstieg, der wie gesagt strukturell bedingt ist, in den Griff zu kriegen. Hier sehen wir, wie die Dinge sich zugespitzt haben. Nachdem die Trust-Regierung breiteste Steuersenkungen angekündigt hat, um die Wirtschaft zu stimulieren, damit faktisch den Versuch der Bank of England konterkariert, die Inflation in den Griff zu kriegen. Also es ist unendlich lächerlich, was da passiert. Die Politik arbeitet gegen die Notenbank. Jetzt muss die Notenbank teilweise die Märkte retten vor der Politik, weil die Märkte ein Misstrauensvotum gegenüber der Politik ausgesprochen haben. Und dann, wenige Minuten später, nachdem hier wir gesehen haben, dass die Märkte sehr empfindlich reagiert haben, ein Bericht in der Financial Times. Nein, die Bank of England hat in privaten Gesprächen diesen Pensionskassen in Großbritannien signalisiert, dass man die Anleihekäufe länger machen werde, nicht also nach drei Tagen fertig sein werde. Und ja, es gibt keine Alternative dazu, denn wenn das sozusagen so angekündigt wird und so passiert, nämlich das zu stoppen, dann sehen wir einen Crash am Anleihemarkt. Und das würde sich dann auf die Aktienmärkte etc. verlagern. Und davon bin ich fest überzeugt, denn wir sehen ja, wie die Märkte unisono auf diese ganze Geschichte reagieren. Hier sehen wir mal, 5.10 Uhr kam in der Financial Times die Meldung über Bailey, der gesagt hat, also ihr habt noch drei Tage Zeit, Jungs. Dann 15.41 Uhr diese Meldung, Bank of England signalisiert in privaten Gesprächen, dass man doch weiter die Anleihen kaufen wird. Sven Hendricks sagt dazu, Die Notenbanken sind die Quelle der Instabilität, sie sind die Ursache der monetären Krise, die wir derzeit erleben. Sie sind die Ursache der Krise schlechthin. Wir erleben nur an anderen Orten, nämlich mit der Inflation zum Beispiel, die Symptome. Aber die Ursachen sind eine zentralistisch gelenkte, fehlerhafte, erratische Geldpolitik, die zu lange gepennt hat, sie zu lange immer jeden Schmerz verhindern wollte. Das ist genau das ganz große Thema. Und jetzt sehen wir dann, wie die Märkte sich erholt haben plötzlich. Das Pfund nach oben. Und Anleiherenditen wieder nach unten aufgrund dieses Berichts in der Financial Times, der allerdings noch nicht bestätigt ist. Wir haben vom Chef der Bank of England die Aussage, ihr habt drei Tage Zeit. Dann haben wir einen Zeitungsbericht, wonach es nicht nur drei Tage sind, aber das ist nicht bestätigt von der Bank of England. Also beruht diese Erholung, die wir jetzt sehen, auf der Hoffnung, dass diese Meldung auch stimmt. Jedenfalls die Bank of England, die ist jetzt gleichzeitig auf der Bremse, indem sie die Zinsen anhebt, eigentlich die Bilanzsumme reduzieren will. Und doch jetzt eben wieder Liquidität. Pardon. Ins System schickt oder sendet. Die Ursache dieses ganzen Tohuwabohus und warum Großbritannien das schwächste Glied ist, ist neben dem Brexit natürlich die Trust-Regierung mit ihren Steuersenkungen. Hier sagt Mohammed El-Erdian, es gibt nur eine Chance, damit der England hier nicht dieses Epizentrum dieser monetären Krise bleibt. Und das ist das komplette Umsteuern der Trust-Regierung. Keine Steuersenkungen. Denn die Märkte waren sofort misstrauisch. Sie haben gesagt, das kann nicht funktionieren, wenn ihr sozusagen die Staatseinnahmen reduziert. Wird das Defizit immer höher, ihr schüttet Liquidität ins System, schürt damit noch die Inflation. Das wird und kann nicht funktionieren. Also muss die britische Politik, muss die Trust-Regierung komplett umsteuern. Sonst wird sich das Ganze nicht beruhigen. Und die Bank of England wird von einer Rettungstat zur anderen schreiten müssen. Kommen wir zu den anderen großartigen Notenbankern, nämlich den in den USA. Und im Grunde ist die Message, die uns die FED gibt, wie es von Henrik hier sagt, wir werden euch vor der Inflation retten, indem wir euch arm und arbeitslos machen. So ungefähr könnte man wahrscheinlich jetzt die Dinge auf den Punkt bringen. Die Märkte haben lange nicht gecheckt, nämlich seit dem November letzten Jahres, dass die FED es wirklich jetzt ernst meint mit der Inflationsbekämpfung. Und das war für die Märkte sehr, sehr teuer, vor allem für die Aktienmärkte. Jetzt aber checkt die FED nicht, wie dramatisch die Lage an den Märkten ist, nämlich vor allem an den Anleihenmärkten und welche Konsequenzen das Ganze hat. Und das ist jetzt die gefährliche Situation. Wir haben übrigens auch beiden Aussagen von Joe Biden, der sagt, ja, eine ganz leichte Rezession sei schon möglich. Er will jetzt wieder wohl antreten und sagt, ich denke, ich werde Trump besiegen können, wenn der wieder antritt. Gleichzeitig verschlechtern sich jetzt die Beziehungen zu Saudi-Arabien. Und nochmal dramatisch, das nur als kurzer Exkurs, weil Biden ja letztendlich, Joe und Paul, diese Inflationsbekämpfungspriorität in den Kopf gesetzt hat oder das mehr oder weniger angeordnet hat. Wie weit die FED jetzt neben der Spur ist. Man hat die Inflation komplett falsch gesehen. Jetzt sagt man, ja, in Gestalt von Mester, die so ein bisschen den Konsens, den Mainstream innerhalb der FED ausdrückt, und ja, die Risiken sind größer, wenn wir jetzt zu wenig die Geldpolitik straffen, weil wir dann erlauben würden, dass diese hohe Inflation dauerhaft sein würde und sich in die Ökonomie einbetten würde, nickt die mir raus. Das Sprachwort der FED gewissermaßen vom Wall Street Journal sagt, wir sehen überhaupt keine Änderung bei der FED. Die Märkte sagen, ihr werdet 2023 die Zinsen senken und die Märkte haben recht. Nur die FED weiß es noch nicht, weil die FED eben nicht erkennt, wie fragil dieses System geworden ist. Man hat jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt das System gegen die Wand, nämlich indem man weiter die Zinsen anhebt. Das wird, dann geht etwas kaputt, was eine immense Folgewirkung haben wird, die dann wieder ein komplettes Umsteuern der Notenbank erfordert. Oder man muss jetzt letztendlich das Rad weiterdrehen. Eine bescheidene, üble Situation eigentlich, in der sich die Notenbanken selbst beschuldet gebracht haben. Möglicherweise wird diese Krise, diese monetäre Krise den Notenbanken, die Legitimität entziehen. Man wird sagen, nee, also so kann es nicht weitergehen. Das ist dieselbe FED, die komplett daneben gelegen hat. Etwa in der Inflationsbekämpfung. Mohammed El-Erian nochmal. Der sagt, wir sehen jetzt, wie die Wirtschaft durch die Windschutzscheibe fliegt geradezu. Eine Krise, die total vermeidbar gewesen wäre. Richtig, jetzt ist die FED sozusagen in einem Vollbremsmodus. Sie hat nicht nur den Fuß auf der Bremse, sondern sie macht eine absolute Vollbremsung. Und wenn du zu lange auf dem Gaspedal warst, dann eine Vollbremsung machst, weil du siehst, dass vor dir ein Hindernis kommt, dann kann es sein, dass der Wagen eben aus dem Gleichgewicht kommt, der in Schlingergeräte möglicherweise in die Leitplanken fliegt. Und genau das riskiert jetzt die US-Notenbank ohne wirkliche Not. So manch einer, hier sehen wir es rechts in der Grafik, wer ist denn die Margin, die dich ständig anruft, fragt eine Freundin ihren Freund. Das betrifft derzeit viele, die Margin Calls offenkundig bekommen. JP Morgan sagt jetzt, wie auch Goldman Sachs, also wir werden krasse Bewegungen sehen, wenn morgen die US-Verbraucherpreise, also die neuen Daten zur Inflation praktische veröffentlicht werden. Man sieht praktisch, bei einer höheren Zahl könnten die Märkte um 5% fallen, wenn die Zahl niedriger ist zur Inflation um 3% steigen. Ich denke, dieses Inflationsthema ist jetzt weitgehend gegessen, was die kurzfristige Inflationsdynamik betrifft. Vorletzter Monat 0,0, letzter Monat 0,1, jetzt erwartet 0,2. Wo ist da das ganz große Thema, sehe ich nicht. Das ist ein Thema der Vergangenheit, in dem sich die festbeißt, die Wirtschaft saucht zu schnell ab, die Nachfrage geht zu schnell runter, dass wir in sehr kürzer Zeit wahrscheinlich deutlich feinde Inflationsraten sehen werden. Und JP Morgan sagt jetzt hier, naja, nachdem der Jobs-Report doch relativ robust war, ist ein 75-Basis-Punkte-Schritt eigentlich schon eingepreist und die Fed wird die Zinsen bis 4,75% anheben und sie da auch belassen. Morgan Stanley sagt, also diese Rent-Inflation, die wird weitergehen und das ist das eigentliche Risiko eben auch in Sachen höherer Inflationszahl. Das sind die Mieten, aber das sind Daten aus der Vergangenheit, weil die Datenerhebung letztendlich verzögert passiert. Das heißt, die Fed agiert konstant mit Daten aus der Vergangenheit und versucht die aktuelle Lage dadurch zu beurteilen. Das zeigt, wie antiquiert, wie neben der Spur diese Notenbank wirklich ist. Man erwartet hier eine Headline-Zahl von 0,2%, 0,21% und 8,1% der Year-over-Year. Wir sehen aber am Arbeitsmarkt, da kracht es jetzt schon richtig. Etwa Intel, die planen jetzt mehrere tausend Job-Cuts und das sind nicht die Ersten und nicht die Letzten, die jetzt Leute entlassen werden. Wir haben heute die Erzeugerpreise. Das ist schon mal eine wichtige Indikation, erwartet 8,4%. Und hier sehen wir etwa bei den Erzeugerpreisen, da sind wir in den letzten Monaten eigentlich konstant unter der Erwartung geblieben und wir sehen, wie diese Erzeugerpreis-Dynamik in den USA anders als in Europa, komplett anders als in Europa, doch deutlich zurückgeht. Also die Pipeline-Inflation wird weniger. Ja, auch für mich ein Anzeichen für das, was kommt. Gleichzeitig haben wir jetzt aufgrund der Fed-Politik einen extrem starken Dollar und wir sehen, die Welt ächzt unter diesem starken Dollar. Das erhöht die Schuldenlast für viele, die in Dollar verschuldet sind. Und wenn wir uns jetzt mal die Dinge am Devisenmarkt anschauen, hier Dollar-Yen in einem Chart von Capital.com, höchster Stand seit 24 Jahren. Also der Jens so schwach zum Dollar wie seit 24 Jahren nicht mehr über 146. Da ist also die nächste Notenbank in der Patsche von der EZB. Wollen wir gar nicht sprechen, doch gleich werden wir auch kurz von der sprechen. Wir sehen hier auf jeden Fall jetzt der Nasdaq mit einem Verlust von 33,4%. Seit Jahresbeginn, 5 Tage in Folge, negativ 2 Jahre tief. Der S&P 500 hat von den letzten 16 Handelstagen 13 negativ beendet. Also da ist so einiges in der Mache. Dennoch könnten wir jetzt so eine Art kleinen Doppelboden ausgebildet haben mit einer Reaktion nach oben aus Erleichterung. Die Frage ist, wie nachhaltig, wie lange die da ist gegenüber dieser Meldung jetzt oder wegen der Meldung, dass die Bank of England dann doch länger die ganze Geschichte machen wird. Wo könnten die Ziele sein, wenn es jetzt mal nach oben geht, bevor dann wahrscheinlich die nächste Welle nochmal nach unten gehen wird mit 9 Tiefs. Das zumindest ist das Szenario von Ron Walker, der mit seinen Signalen hervorragend liegt. Wir könnten so um und bei in den Bereich 3.700 laufen. 3.720, das wären denkbare Ziele einer solchen Erholung. Morgen, wie gesagt, die Inflationsdaten natürlich entscheidend. Heute Abend haben wir noch die FOMC Minutes, also das FOMC Protokoll. Wir haben die Erzeugerpreise heute. OPEC wird ein wichtiges Kund tun. Wir haben Bowman und Kashkari von der Fed. Auch unsere großartige Inflation. Madame Lagarde wird sprechen. Morgen die G20-Finanzminister. Dann haben wir Daten aus China. Wir bekommen Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen. Und am Freitag soll das Emergency Bomb Buying enden. Der Bank of England. Mal sehen, ob es wirklich so ist. Kommen wir jetzt zur anderen großartigen Notenbank, die ähnlich viel in der Patsche sitzt. Oder ähnlich stark in der Patsche sitzt. Wir sehen hier Villroa, der Franzose, der gesagt hat, ja, ich lege jetzt mal einen Plan vor zur Bilanzreduzierung. Herzlichen Glückwunsch, Herr Villroa. Und EZB, das wird dann euer Sargnagel sein. Ihr könnt in dieser Situation, wo ihr vorher total gepennt habt, jetzt auch nicht noch eine Vollbremsung hinlegen. Sonst klatscht die ganze Geschichte sowieso gegen die Wand. Und wie teuer dieser Renditeanstieg wird. Er ist existenzgefährdend für viele Player innerhalb des Finanzsystems. Aber er ist teuer eben auch für die Staaten. Hier sehen wir, dass etwa im Jahr 2030 Italien um und bei über 8% nur an Zinsen bezahlen wird. Seines BIPs, das ist eine nicht nachhaltige Situation. Deutschland steht da relativ gut da, by the way. Aber auch Länder wie USA zum Beispiel, über 5% im Jahr 2030. Es wird immer mehr. Also diese Geschichte, die ist schon eine gewisse Dramatik, die wir hier erkennen. Dramatisch auch, jetzt übrigens die Lage in der Baubranche. Acht Insolvenzen gestern. Insgesamt gestern 30 Firmenpleiten. Aber wir sehen, es trifft jetzt den Bausektor. Der Immobiliensektor ist jetzt am Kippen hier in Deutschland. Auch in den USA. Das wird ein riesiges Thema. Und wenn wir jetzt nochmal zum Thema Gas kommen. Heute werden sich die Energieminister wieder treffen. Man schlägt jetzt vor, praktisch gemeinsam Gas einzukaufen, damit die Länder sich jeweils nicht überbieten mit Preisbereitschaften. Also, dass man sich überbietet bei den Preisen, die man bereit ist zu zahlen. Vor allem die Deutschen sind da ja ganz, ganz weit vorne dabei. Und da werden wichtige Dinge heute angesprochen. Hier die erste Artikelempfehlung, die das thematisiert. Wie sind eigentlich die Positionen? Die Deutschen sind eigentlich gegen Gaspreisdeckel. Andere sind dafür, was da sozusagen wirklich an Konfrontation ist. Es geht aus diesem Artikel hervor. EU könnte als ersten Schritt Gas für Stromerzeugung deckeln. Absolut druckfrisch, dieser Artikel, meine Landherren. Ich habe noch schwarze Finger davon, weil wir den gerade gebracht haben auf Finanzmarktwelt. Und dann eben Bank of England. Anleihekäufe doch über Freitag hinaus, dass dieses Shakespeare-Drama so ein bisschen auf den Punkt bringt, was da gespiegelt wird, wer die Akteure in diesem Drama sind, im Epizentrum dieser Krise, dieser monetären Krise London. Das ist ein Must-Read, meine Damen und Herren. Zwei Empfehlungen, heute Abend natürlich das Marktgeflüster, morgen Videoausblick. Dann mache ich kurz nach den Inflationszahlen einen Marktgeflüster mit einer ersten Reaktion. Und freut mich, dass es dann keine Videos geben. Aber jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.